Hallo, guten Morgen Maas. Jetzt bin ich gerade aus dem Hotel rausgegangen, hinter meinem Spiegel gucken wie ich aussehe. Jetzt laufe ich zum Ibis Hotel. Das ist ungefähr 5 Minuten zu Fuß und da ist dann mein Motorrad. Ein bisschen aufpassen hier in Rumänien. Die Leute sind nicht so aufmerksam wie bei uns und auf der Straße steht aber alles ok. Die Leute sind nicht so aufmerksam. Soll das mal aufpassen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Awesome! 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 Good morning! Das war's für heute. Das ist schön. Das war's. Okay, 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 okay.